Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir können aber die Pfanne rausgehen. Die müssen die Dinger sind. Die sind hier alles drin. Die müssen die andere anderen. Ich bin nicht aber froh, dass die Herzen fallen, die sind in der Herrloh. Schöner Mann, das Haus. Wünschen, da müsst ihr eigentlich doch mal wirklich ins Front kommen. Was? Ich muss raus. Ich hab nur einen Grund. Ich hab die Ernte. Die kommt doch nicht weiter. Das Haus gerade zu ist noch wichtig. Da sind schon welche von uns rein. Gehen wir links oder rechts flank? Da kommt die Flasor von rechts. Da kommt die Flasor von rechts. Da kommt die Flasor von rechts. Ich hab welche von uns reingehen sehen. Willst du durchs Haus? Ja. Da kommt die Flasor. Wie weit sind die Flasor schon? Wie lange sind die Flasor? Da kommt die Flasor von rechts. Da kommt die Flasor von rechts. Okay, wenn wir von hier aus Rückendeckung haben, können wir ja links dann vorbei. Da kommt die Flasor. Komm, schützt in Reihe, schützt in Rudel. Ich war nicht beim Wund. So, und was genau beschießt der von da hinten aus dem Gebüsch raus? Der ist gar nicht so weit weg. Wie sieht es da drüben aus? Ja, na gut. Aber die treffen uns ja hier eh näher. Die kommen ja hier ein bisschen her. Stell mich einfach hier hin und die beschießen wir. Dann ist der Hoppa leer und ist gut. Okay, drei gehen, zwei sitzen noch da. Ihr könnt weiter vor. Ihr könnt bis zur Deckung ran. Dahinter sitzen sie erst. Aber das ist die Müse, da kommen die eh nicht durch. Ich bin auf der Schalt am Sportplatz. Einer ist raus. Hinter dem Sportplatz oder was? Blau läuft am Zaun lang. Hier ist die Reform. Genau hinter der Ecke. Genau an der Ecke, genau hinter dieser Deckung sitzt ein Weg hier. wo ist er? Genau, weil mal unter der Deckung! Einer weniger hinter der Deckung, noch einer Komm vor, 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 vor Los, lauf! Ohne mehr Okay Sie sind an der Ecke vom Sportplatz vorgerückt, alle hinter der Deckung raus Siehst du geradezu die Deckung, da ist einer hinter Immer noch weiter die Deckung Die gehen jetzt hinten rum, ganz hinten Hier vorne in der Deckung sind auch noch welche Wer auch immer mir das Ding gegeben hat, der war gut Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich 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 Wir sind fast bis zur Burg durch Ja Also von da an alles hierher, das Haus und wir sind fast bei der Burg, bei dem weiß ich nicht Dann wäre schon vorbei Dann wäre schon vorbei Ich bin gleich 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 não Vaccine D milligram eden Vielen Dank. Da ist er. Jetzt läuft der Ast rein. Ja, also entweder hole ich mir nochmal zwei so einen Adapter und Klebstest oder ich kriege irgendwo eine Schlauchstelle eher. Mal gucken, ob ich auf Arbeit basteln kann. Aber so ist es ideal. Wäre die Runde länger gewesen, wäre doof gewesen. Ich habe vielleicht nur 30 Schuss. Ja, ja, ich sage ja nur. Ja. 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 Hier in der Runde. Also auch nicht unbedingt mehr als ich. Nö, irgendwie 300 Schuss